Mach dich auf was gefasst! Von Pobacken aus Stahl im Spandex zerrissen zu werden! So, drawst du, mein Main. Wir gehen mal rein mit A Hero Lives. Ich zahl die Hälfte. Ich könnte jetzt für ein gutes Play gehen, aber weißt du was, fuck it, machen wir nicht. Wir sind nicht für gute Plays bekannt. Doch, wir machen ein gutes Play. Shadow Mist Effect. Gamma. Gamma auf Shadow Mist, okay. Äh, ja. Schwierig. Anyway, dann machen wir was um. EN Neos Space Activate. Dann rein für Kost, noch ein Shadow Mist von der Hand und vom Deckman Grand Mole. Da, Geist von Neos. Und wir ändern uns dann die Poli. Neue Kette, Effekt Geist von Neos. Geist von... Das ist nicht gut. Wir holen uns your favorite Contact an. Neos Fusion. Neos plus Dark Panther. Dark Neos. Äh, Effekt Geist von Neos. Zumal aus taggen. Und einen anderen Neos aus dem Deck Special. Dann holen wir den raus. So. Dann gehen wir rein mit Poli. Sunrise. Sunrise Effect. Keine Sorge. Ich werde dich erlösen von deinem Leid. Ah. So. Kannst du den Friedhof mal zeigen? Ähm. Diddy Crow auf? Ja, auf Shadow Mist. Ich habe zwei im Friedhof, aber cool. Oh ja. Okay, reingeschissen. Ähm. Das ist okay. Wir setzen eine Karte runter. Und du bist. Ich ziehe? Ja. In Draw. Gehen wir rein mit Favorite Contact. Ähm. Shuffleback von Handfeld. Banished Pile. Äh. Oder Friedhof. Für ne. 4 schon zusammen. Alrighty. Aus der Hand. Aqua Dolphin. Neos. Panther. Und Grand Maul. Into. Cosmo Neos. Effekt Cosmo Neos. Du darfst keine Karten aktivieren. Du kannst nicht responden auf den Effekt. Das ist aber korrekt. Ja. Dann. Ich weiß, dass du bei Spalken FTK spielst. Ich habe mir hier kein Witz. Ne, ne, ne. Ich spiele heute ein anderes Stick. Ich habe mir ein neues geholt. Dann. Äh. Bist du dran. Geil! Draw for turn. Stand by Main. Alrighty. Dann packen wir den mal einen Angriff. Äh. Miracle Fusion, I guess. Dark. Blue Shadow Mist. Wir gehen in Escorridal. End of Main into Battle. Jo. Game. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, mein Gott. Normals haben. Oh, geil. Math Mac. Okay. Cool. Aber die Tatsache, dass mir dein mit da reingesst. Ja, 2-Card. Macht Into Alambition. Ja. Effekt. Ja. Such dir Kreis. Ich würde dann Sigma einen Friedhof machen. The Circle. Na ja, mach mal. Effekt Sigma. Hol den raus. Circle. The Circle ist so geil. Also. Ich weiß, ich finde Math Mac auch so geil. Ich habe auch den Neckroth mal gesehen. Das ist richtig. Das Deck ist richtig gut. Das Deck ist ultra. Ja, ist tatsächlich Tier 1. Aber ich muss noch eine gute Welt finden. Ich bin der Meinung, der Bild auf meinen YouTube-Kanal ist der beste, den du kriegen kannst. Effekt Albert. Ja. Hol dir einen anderen Namen. Dann kriegst du deinen 2 Token. Making 2. Cybers Wicket. IP. Set Trap. Has Turn. Ich würde auch den Effekt von Wicket aktivieren. Normal Diameter. Ich finde mein Diameter nicht. Ah doch hier. So, gibts ab. Ja. Drawf a turn. Stimmerman. Haa. Genau der Draw, den ich nicht gebraucht habe. Basically. Äh, wir gehen mal rein mit Rota, I guess. Erstmal. Würde ich IP drauf anketten? Das kannst du gerne machen, dass du gar kein Problem hättest. Jo. Und ich such mir Crosskeeper. So. Ähm. Ja. Ich hab ein Problem. Nennt sich Apo. Effekt Crosskeeper um einen Namen aus meinem Elemental Hero oder Neospecial von meiner Hand oder mein Fleet of the Special. Ich würde Apo machen. Ja. Ähm. Ähm. Jetzt mach ich dich genau da, wo ich will. Norm ist am Grand Maul. Jopp. Battleface. Deck declaration Apo. Effekt Grand Maul. Ich würde auf Declaration C machen. Ja, das kann das nächste gehen. Wenn du schon so öffnest. Geil. Grand Maul Neos. Dann gehen wir mal rein. Drawf a man. Oh, wow. Ähm. Ja. Okay. Faszinierend. Ähm. Mhm. Ach Gott. Äh. Ja. Wir gehen rein. Äh. Direkt mit. I don't know. Das ist alles einfach nur scheiße. Ja, Neos Fusion, I guess. Neos. Neos. Dann hauen wir hier rein den Aquadolphin. Für Aquaneos. Ja. Effekt Aquaneos. Pitch. Liquid. Um dir eine Random Hunt Karte zu zerstören, by the way. Ja, zerstören. Zu deutsch, gegen Dinosaurs. Der Typ richtig scheiße. So. Äh. Vier. Alright. Das habe ich erwischt. Oh, und seine Mining. Äh. Ja. Mhm. Set Uno, set Dos. Und. Ja. Ich lasse das Ding in der Endphase mal gehen. Sehr gutes Deck. Ich ziehe. Ja. Wobei es gar nicht mal so schlecht war. Ähm. Aha. Geplant. Ja. Hey, meine Hand ist, also die ist spielbar, aber die ist unangenehm. Digga. Normalsum. Ja. Target. Ja. Target. Wir sind beide Feuer, ne? Ja. Super Poly. Pitch, äh, Instant Contact. Boah, ich hätte nicht auch so missplayt. So schlecht. Ja, Rura! Alright. Alter. Das war ja so weggeschmissen. Ich bin mega. Mach ich Mav-Mack alle? Ja, du bist. Geil! Äh, Moment. Das muss ich, ja, wir ziehen. Mach dich gefasst. Mit der Kraft der Freundschaft erledigt zu werden. Äh, ja. E-Emergency-Versuchen. Ach du Scheiße, ja. Das ist ein sehr, sehr guter Top-Tech. Kann man schon mal sagen, tatsächlich. Ähm. Das Ding ist, kann ich das nur irgendwie umwandeln in irgendwas, was irgendwie nützlich ist oder sowas? Das ist die andere Frage gerade. Weil du sagst schon, ach du Scheiße. Ich kann dir versichern, da ist nicht so, ach du Scheiße so dran, wie du sie ausmalst. I don't know, Digga. Ähm, Stratos. Dann normeln wir ein Ründchen Stratos-Effekt. Ich sag's, wie es ist, hätt so nö gesagt, wär's glaub ich auch okay gewesen. Ich hab keine Ahnung, was ich hier suchen soll. Ähm. Shadow Mist, I guess. Favorite Contact? Shuffle Back. Meinen Shadow Mist. Neos. Sunrise, Effect Sunrise. Miracle Fusion. Activate Miracle Fusion. Eins, zwei. Nein, ich seh schon, das sieht nicht gut aus. Nein! Du bist der Erste, der heute Abend hier verliert, Digga. Effekt. Ähm. Ich bin ja auch schlecht. Ich bin ja auch ein schlechter Spieler. Wie heißt die Heldenfusion in der Mitte? Das ist, das ist Garura. Die Heldenfusion schlechthin. Hat Federn. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. So. Draw two. Äh, discard. So. Und jetzt hab ich, jetzt hab ich die Karte gefunden, die ich fertig mache. Wie viele Summons waren das? Eins, zwei, drei. Eine hab ich noch frei. Bist du bereit? Gerichtet zu werden? Hau raus. Neos Fusion! Das war ein sehr, sehr guter Draw, Digga. Ein unglaublich guter Draw, Digga. Und zwar Grand Maul und Elemental Euroneos. Oh Gott, geil! Wir gehen hin. Warte, wo haben wir den guten Boy? Elemental Grand Neos. Effekt Grand Neos. Target ein Monstrum, sie wieder auf die Hand zu geben. Packen wir den in den Eingriff. Och Mann. AAAAAAAAHHHHH! AAAAAAAAHHHHH! Der Hunt. ARD Text im Auftrag von funk, 2017 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 ARD Text im Auftrag von funk, 2017